Ich muss da rein und ein paar Beweise finden. Ich muss da rein und ein paar Beweise finden. Das ist eine Versicherungsangelegenheit. Mir schien es so, als fände mich der Kellner langsam nervend. Ich habe diesen Herkunftsnachweis gefunden, aber ich vermute, er ist gefälscht. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. In der Schublade lag eine Dokumentenmappe. Auf der Dokumentenmappe war ein Hairy Lobsters Aufkleber, keine Ahnung was drin war. Fünst foundation. Der Schubrude, der Schubrude, der Schubrude, der Schubrude, der Schubrude, der Schubrude. Vielen Dank.